Ich muss die Supportergruppe einladen. Steffi, ich muss die Supportergruppe einladen. Aha. Flöchen. Flöchen. Hast du das wahrgenommen, Steffi? Ja, hab ich. Gut, gut. Gut. Jetzt kriege ich nämlich Ärger von Marcel. So, von mir aus, wir können, ne? Was denn? Rebirth, bitte. Danke. Ich darf nicht von Kadeva. Nee, jetzt nicht. Ich muss erst mal warm werden. Wäsche muss ich heute ohne machen. Aber ganz ehrlich, Steffi, gestern Nacht in dem Stream, ne? Ich dachte, ich fall vom Stuhl, ehrlich. Das, nee. 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 Das war's für heute. Ja, das ist ein Pferd. Hallo, Partner. Ja, was mit dem? Oh, der guckt TikTok, man. Jetzt bekämpfen wir den echten Fight. Es stimmt den Waren, Kumpel. Alles klar, bei dir? Ist ja grauenvoll. E-Bey. Der ist gestummt. Oh, je, aber das kenne ich. Ah, geht so, ne? Mit Statschmerzen. Oh, er zart. Schalte alle Ziele im Einsatzgebiet aus. Da kommt noch einer. Ich muss noch bleiben. Ich auch. Scheiße. Oh, er hat sich einer zu. Vorratskiste lokalisiert. Position sicher. Nächstes Ziel aktualisiert. Verstärkung ist unterwegs. Lassen Sie mich einfach sterben, ey. Unglaublich. Ja. Ich bin getroffen. Steh unter schwerem Beschuss. Hab sie beide. Hab sie beide. Hä? Er wollte mal eine 2DSH haben hier. Ich glaube nicht stimmt. Feindlich, die Drohne ist aktiv. Ja. Der macht den weg. Ich bin nicht gefahren, ne? Ach, schon wieder so ein Fitchi. Ja, ja, ja. Ein guter Wind. Er hat rausgesprungen. Der kann zaubern. Ja, Udi. Weil ich hab ihn noch nicht gehört, dass er reinkam. Ne, ich auch nicht. Ich hab ihn gar nicht rausspringen sehen. Doch, der ist aber zufrieden. Habst du gesehen? Der ist auch tot. Der潟 ist der. Ah,by. Du hörst immer noch perfekte kinder. Wow, hier braucht einer. Alter, was ist denn mit denen? Oh ey! Der gle blindness wieder. Da ist er wieder! Ja. Verk episódio. Okay. okay das war jetzt eher semi so aggressiv wie du immer bist ich meinen kindern auch gekauft hilft wenn die sich streiten dann sage ich ja dahin bitte danke ruhe vielleicht auch mal einführen der ist aber nach drei tagen kaputt weil sie zerstört hat so oft wie sie so auf ihrem bruder ist diejenige bis wo sie draufhaut ja 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 er prüft eure ausrüstung und waffen wir brechen bald auf genau mitgenommen der ist einfach der luft aufgelöst das hat jetzt schon angekotzt ist an der vorrunde gerührt wird da geht er aus das training ist vorbei sehen was ihr gelernt habt setzte einen sammelfunk das gas der sich schnell der kameraden zu beschleunigen alle ziele auf den die zeit wird knapp rückt zum zielgebiet vor feindliche drohne ist aktiv sturmgewehr markiert markiere ziel für luftschlag der feind lebt noch wiederhole wiederhole feind lebt noch wiederhole feind lebt noch wieder zurück in aktion wieder zurück in aktion wieder zurück in aktion wieder zurück im spiel kopf geld ziel markiert gibt mal da geld mit ich hole schon ein dazwischen 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 Der hält sich gleich hoch. Wasserturm. Wie willst du das denn erzählen? Das ist ja schon 20 Jahre her. Ja. 24 Jahre. Was kommt denn? Das sind die besten 25. Fast an der Stelle. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Ich weiß nicht wovon du willst. Ich weiß nicht wovon du willst. Mach sie fertig. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone. Feindliche Drohne ist aktiv. Ich hab noch ne Munitionskiste. Jetzt bin ich voll. Jetzt schon? Da hinten? Vorne? Ja. Ja. Viel Break. Uwe, danke für deinen Like. Zwei. Perfekt. Beide rechts oder? Ja. Jo. Uwe. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Moorgeld. Wo ist Moor oder ist? Ja, da wurde angezeigt. Ich hab keine Schnappschussgranaten mehr. Ich hab ja noch ne Munitionskiste. Ja. Ja. Ist einer draufgesprungen auch. Auf dem Turm. Neue Position. Ja, jetzt ist er runtergesprungen. Ja, jetzt ist er runtergesprungen. Oh, wie geht's der? Ich schnippe alle. Ich weiß, Munitionskiste. Ja, im Turm oben. Oh, Muni, Muni, Muni. Muni, Muni. Ui. Werfe eine Splittergranate. Ah, die sind unten. Mhm. Gebt noch einer rein. Die sehen unfreundlich aus. Ich freut mich. Ah, sieht so, ne? Ja, ich hab mal eins der Tür im Blick hinten. Und gerüst. Halt sie weiter aus. Und, äh, stopp aus. Stopp aus. Stopp aus. Stopp aus ist einer K.O. Verwischt an die Spuren. Ein feindliches Team macht die Hand auf dich. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlängst. Aufprache steigert. Seine zweite Staste. Oha. Schussverkauf aktiv. Preise der Vorratsstationen wurden angepasst. Feindliche Zone ist aktiv. Oha. Verstuhl einer. Stopp. Raus. Kommt der Nächste. Wir nehmen Feind auf der Spur. Wieder Auferstehung endet gleich. Auf der Hut bleiben. Geh mal kurz zum Laudi. Ja, ich auch. wieder normal das gast nähert sich dir Der Schildbreak, ich gebe da hoch. Ja. Warum sitzen sie auf dem Fall drin? Aha! Der Sprung! Am Laudi ist auf jeden Fall einer. Ja. Nein, sie ist gerade weg! Oh, ich wurde entdeckt. Ah! Unter mir, direkt am Baum. Wir lassen welche. Da schau einer raus. Wow. Jetzt habe ich keine Klappen gehabt. Warte, ich kann noch welche gehen. Nehmt diese Panzerung! Feindliche Drohne ist aktiv! Ich versuche gleich Kontroll zu landen. Wo ist das? Der sitzt im Turm! Turm ist K.O. Runtergesprungen. Raus! Auftragszeit abgelaufen! Erledige den Ex! Sie imciu laufen! Ich fühle kein Traum! Sein Verpackt. Nein! ich weiß nicht ob ich dich wiederholen kann nein Einen von den Felgen noch. Es steht noch einer. Ich bin oben auf dem Berg mit einem anderen Busch. Nein! Ich bin oben auf dem Berg. Hinter die kommt noch einer. Nein! Schade. Das nächste Mal gehört der Siegort. Aber wir haben den Krieg noch nicht verloren. Alles hier ist okay. Danke, danke, danke. Da hat er noch um den Busch liegen, oder? Ja, den habe ich ja gekriegt. Ja, danke. Ich habe es versucht. Ja, danke. Ich habe es versucht. Bei mir sind wir ein stabiles Buch. Wir sind im Umfeld. M Walter vorjubere die Arbeit Ausrüstung und Waffen. Wir brechen bald auf. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Überlebe, um gefallene Kameraden zurückzuholen und verliehende Funktionen zu gestopfen. War da wieder Feuer hoch? Hinter mir. Hinter dir ist noch einer. Ah, fuck. Ja. Okay, Hof. Hof ist voll. Ja. Okay. Ich bin fertig. Okay. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Das ist im Karten. um kann ich nicht an als... Und rechts. Aus. Hier, du da. Hallo, du da. Das will nicht. Ich denke, er will es nicht. Er will es nicht. Das Gas ist hier auf den Fersen. Ey, warum schritte denn da jetzt nicht so? Versuch in die andere Richtung. Kloppier es. Mit dem Feinlauble. Mit dem Feinlauble. Und welche andere Richtung? Ach so. Oh ja, hier am Schiff unten. Die feuern aus allen Rohren auf uns. Die haben Lodi geschmissen. Feindliche Drohne ist aktiv. Die sind getroffen. Werde getroffen. Ey, von wo denn? Die sind gar nicht. Die sind gar nicht. Vor mir zwei Leute. Die kommen aus Control raus. Was tut der denn so an? Was tut der denn so an? Da ist noch einer. nein 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 Zeit, sich bereit zu machen. Feinde landen im Einsatzgebiet. Einer weniger! Das ist nichts persönliches. Nein, geschäftlich. Ja, ich hab Schroten, denke. Feuchtlicher Soldat in der Nähe. Jetzt ist Schluss mit lustig. Bereithalten für Einsatz im Kriegsgebiet. Sie gucken wollen. Ja. Sie gucken wollen. Ja, lass mal nächste Runde Schicke hier runtergehen, bitte. Da hin? Ja, nächste Runde. Ja. Schau mal, jetzt wird man rein, ey. Was ist denn der? Was für ein Müll. Nur Schroppwaffen. Im Einsatzgebiet. Da ist einer bei der, äh, bei der Lupe. Nee, von hinten auch noch. Ja. Ah, aus. Er ist unten drin. Ja, zwei. Zwei sind unten drin. Oh Mann, Alter. Ich sollte es lassen heute. Einer deiner Verbündeten sind zurück im Spiel. Feindlicher Soldat in der Nähe. Wow. Auf. In der Kantine hinten links. Truppeneschnitt steigt wieder ein. Na? Was? Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Ich wäre jetzt schon wieder tot gebeten. Er überlebt einfach ein bisschen. Warum? Von oben runter gesprungen, Alter. Nein. Er verstreckt mich. Nein. Oh Gott. Genau. Der hat mich aufgeholt. Echt jetzt? Oh Mann. Ich wurde völlig weg. Ja, okay. Dankeschön. Okay, wir landen nochmal. Chemieke jetzt. Aber hier war keiner. Das ist schon wieder der gleiche, ey. Das ist schon deutsch, Alter. Das ist schon deutsch, Alter. Das machen sie nicht. Gehe ich jetzt mal vorne aus, ja. Hast du den auf Stumm gestellt? Nein. Nein. Eigentlich nicht. Ja, vielleicht hat er ja alles auf Stumm. Von Ostern. Nein. Oh, nein. Hier ist nix schockt. Ich geh Kiste kaufen, ich komm gleich zu euch dann. Was ist so ne stinknormale Kiste auch, kommt nur Scheiße raus. Nein, am besten ist es, wenn du ne Epscher aufmachst und dann kommt einfach nur ne Pistole, ne Granate und ne Platte aus. Gute Lieblings. Wir werfen ihn ab, um grüner Rauch zu sehen. Das sind die besten 25, fast an der Spitze. Gute Lieblings. Gute Lieblings. Der Auftrag ist erledigt, das war wirklich gut. Oben im Wasserturm. Zweiter Wing. Den nicht. Ne, der war hier. Da ist er da. Ah, da hat er. Du hast immer noch Kampfgeist, Soldat. Verbündeter Klapp, das Land ist unterwegs. Wir müssen direkt noch. Wir sehen ein Unfallrecht auf. Du verlierst deinen Boden. Bewegung. Kopfgeld, Ziel aktiv. Sofort aushalten. Ich folge ihm. Feindliche Drohne ist aktiv. Wir sind in der Sicherheitszone. Auf Feind... What, Adam? Ne, auf Backhead-Fein. Da geh ich nicht hin. Wo? Äh, Harbour. Ach komm, von wo denn? Ah, oben vom Dach, ey. Nur für den Schuss. Trupp mit Glied steigt wieder ein. Fuck. Von oben. Komm runter, ist rein. Oh, die Summe drin, ey. Neue Sicherheitszone wird markiert. Fuck. Von oben. Schatz, hast du dir nicht gesehen? Doch. Okay. Hm, unter denen hat man ein Schuss. Hallo, Marcel. Machst du dein Leib, Marcel. Äh, wie ist denn der Entschuld hochgekommen? Du musst den Vorschlag auf den Hut bleiben. Es geht wieder los. Kontakt mit Schütze. Ganz nix von den Stratzen. Scheiße, die Drohne ist aktiv. Geschussverkauf ist weg. Alle Preisen wieder normal. Aufmerkauf ist scheitert. Deine Zeit ist um. Verstärkung ist unterwegs. Feindliche, verbesserte Drohne. Ein feindliches Team ist hier auf der Spur. Sei vorsichtig. Das Gas kommt. Trupp mit Glied steigt wieder ein. Wir sind noch nicht vollständig. Der Sicherheitszone sammeln. Das Missionsziel lautet, dass kommt der Ziel auszuschalten. Seid ihr auf dem Dach? Ja. Da ist die alte Nudel. Wurm oben. Ich folge ihnen. Einer ist immer noch unter uns. Ja. Jetzt machen wir die Tür. Einzeltür zu. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Feindlicher Soldat in der Nähe. Ah, wo ist er hin? Keine Ahnung. Wer für eine Splittergranate? Feindliche Drohne ist aktiv. Da ist immer noch einer. Da ist ganz oben. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Auf dem Torben einer noch. Der ist hier. Ey. Wieso ist hier einer in der Gunde? Gunde. Hier oben. Zwei Stück. Hier oben. Zwei Stück. Der ist hier. Die Strecke. Das Gas ist hier auf der Ferse. Ein auf 10. Der Sieg ist zum Greifen nah. Feindkontakt bestätigt. also wir haben alle keine platten bei meiner leiche liegt noch eine gasmaske entweder kommen sie jetzt über leiter oder vorne ich habe keinen herzschlag ganz unten ja ein gegnerisches ja da vorrücken zu meinem weg okay das team ist unter den besten fünf das das kommt näher neue sicherheit Jawohl, einfach nur Kill-Legende. Oha, ihr habt ja gar nichts gemacht, Baby. Ehrlich? Einfach nur 524 Schaden gemacht. Seht ihr das, Chat? Seht ihr das? Ihr könnt das sehen. Null Kill. 9.30. Danke an Bahnstraße. Ich mache mir schon mal einen Kaffee. Willst du das sehen, ich gucke? Den Mond ist der Rümer-Ratio aufs Mod. Ich nix bei kein Verstehen. Tut mir leid. Nix gut, diese. Ich nix mit Gülle Gülle. Marcel? Kannst du mich hören? Na, das war doch okay. Kurze Frage, was hast du hier gemacht? Nix? Ne? Gleich wieder da. Ah, okay. Äh? Was hast du hier gemacht da? Ich weiß nicht. Ist sie verwirrt, die Frau? Oh, Verzeihung. Oha, Steffi, ey. Ja, die aus Hannover dürfte das. Ach so Marcel, äh, ja, da sind jetzt zwei dazugekommen. Vorher waren es ja irgendwie acht und jetzt sind es zehn. Irgendwer hat es wieder angenommen, keine Ahnung. Wer dich wie du willst, es endet immer gleich. Ich sag doch, ich hab's drauf. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Das Kreuz und Quer wird dich auch nicht retten. Wer dich wie du willst, es endet immer gleich. Oh, 785 Siege hab ich schon. Jawoll. Patty hat 930. Ah, leichte. Ja, mit dem ich gestern gespielt hab, der hat 1080 Siege. Ja, follow. Ja, der ist übel, ey. Aber das ist auch keiner, der irgendwie so mit anderen Streamern spielt. Also, irgendwie. Der, äh, ja. Spielt immer nur so mit denen, die er sich aussucht, da halt. Ich möchte halt nichts mit der Streamer-Szene bei Facebook großartig zu tun haben. Hast du das mit dem Turnier mitgekriegt? Ey, was denn? Ja, hier, da sind sie doch hier, äh. Haben sich doch über den ein Streamer aufgeregt, äh, weil er gewonnen hat. Und dabei, äh, würde er ja schlechter spielen als die. Und, ja, die Besseren sind halt früher rausgeflucht. Bei welchem Turnier? Äh, von Krispy Bacon, das Turnier. Hä, Bad Teacher hat doch gewonnen. Ja, Bad Teacher hat gewonnen, richtig. Und dritter ist ja K-Brothers geworden. Und, äh. Und, äh. Ja, und, äh. Zweiter ist Trashy. Genau. Und, äh. Prototyp und, äh, Steeler sind ja, äh, rausgeflogen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wegen Kay sogar. Ja, und dann sind die von... Ja, und dann sind die von... Prototyp ist gegen, äh, Prototyp ist gegen Trashy rausgeflogen. Okay, dann ist, äh, Steeler wird gegen Kay rausgeflogen, meine ich. Irgendwie sowas. Und dann sind die da wohl alle bei ihm ins Stream gegangen. Und dann gab's da erstmal Hetzerei und sowas. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Geht gar nicht. Äh, ich... Also zu manchen Streamern sage ich sowieso nichts mehr. Also es bringt eh nichts. Weiß nicht. Ach ja? Gibt es also doch Leute, die du nicht magst, ja? Ja. Okay. Ja, geht mir auch so. Weil... In dem Sinne, ich hab sowieso von Anfang an gesagt, ähm... Wir hätten ja eigentlich auch mitgespielt. Ja. Ähm... Aber dadurch, dass Discord Pflicht ist, konnte ich nicht mitmachen, weil ich ja keinen hatte und weil, ähm... Käpt'n keinen Discord hat. Mhm. So. Und dann hab ich halt, äh... Eigentlich hätt ich ja auch, äh... An der Ostsee wär ich gewesen, aber, äh... Genau. Äh... Und ich hab dann halt auch von Anfang an gesagt, ich sag's ja, äh... Wenn ich so sehe, wer mitspielt, gönne ich's halt einfach wirklich Trashy oder, äh... Bad Teacher. Mhm. Ja. Gut, ich hätt's auch zum Beispiel Oliwood oder so gegönnt, gar keine Frage. Ja. Aber es gibt halt da welche, wo ich sage, nein... Ja, richtig. Ja, was ich halt lustig finde, ist, ich hab ja jetzt diesen Partner-Status, ne? Und, ähm... Bevor ich das hatte, äh, hab ich ja auch diverse Streamer angeschrieben, wegen mal zusammen zocken und so, ne, damit man mal so ein bisschen sich pusht, so irgendwie, ne? Und, ähm... Und, ähm... Dann hab ich mir, hab ich halt immer diese, äh, Absagen bekommen von allen üblichen Noten. Und dann hab ich mir so gedacht, ach, hast du was? Äh... Machst dein eigenes Ding. Der einzige, der wirklich, äh, immer freundlich war und immer meine Fragen beantwortet hat, war halt Metze, ne? Naja, genau. Ja, der hilft ja auch. Ja, ja, richtig. Und, ähm... Ich hab ja dann, wurde ja von, von, von AFK-Creator wurde ich ja entdeckt, ne? Die wollten, dass ich hier, äh, Facebook-Partner werde und sowas. Und, ähm... Und, ähm... Dann hatte ich ihm das alles geschickt und er sagt, ja, das ist sehr seriös, mach das ruhig. Ich gönn's dir, hat er dann geschrieben, ne? Ja, und dann, ein Monat später war ich dann Partner, ne? Weil der mich halt angeschrieben hat und dann hat er mir Vertrag und alles zugeschickt und so. Und, ähm... Die haben dann halt alle vorher immer gesagt, ne, äh, jetzt hab ich den Partnerstatus und auf einmal, äh, explodiert mein Messenger. Das ist der Wahnsinn. Wo ich mir dann sage, ganz ehrlich, nö, hab ich keinen Bock drauf. Hat's ja vorher auch keinen Bock drauf, ne? So. Eben. Ja. Ne, weiß nicht. Und auch diese Misskunst immer so untereinander, das find ich total ätzend. Sollen die Leute sich doch über die anderen freuen oder über die Freunde, die was erreicht haben, sag ich mal, ne? Bei denen kommt's dann auch irgendwann. Das war ja genauso wie das, was ich, der, das, ne? Was ich geschickt habe. Ähm. Ähm. War ja, oder ist ja auch ab und zu bei mir drinne. Und dann hatte ich das einmal ein Bot bei mir drinne. Ja, das hab ich mitgekriegt. Da war ich auch da. Wo du 490 Dings hast. Wo ich diese, ja, da, äh, schrieb ja dann, äh, ja unfair. Ja, ja. Warum kriegen solche Leute das und ich nicht? Ja, richtig. Äh, ja, ja. Ja, ich mag ihn auch nicht. Äh, also da merkt man, also anfangs fand ich ihn ja echt toll. Jaaa. Bin ich ganz ehrlich, aber jetzt ist er übel abgehoben. Ist er auch. Ist er auch. Und das sag nicht nur ich, das find ich cool. Das sagen alle, das sagen alle. Ja, richtig. Und er kann sich daraus nicht mal was einbilden, das ist das Schlimme daran. Ja. Aber nicht nur er, ne? Dings auch. Ja, ja. Oh Gott. Die sowieso. Gerade. Gerade da. Mir ist das auch letztendlich scheißegal. Ich mach mein eigenes Ding, ob du das. Ja. Richtig, so mach ich ja auch. Den Tag, wo du morgens geschrieben hast, äh, ob noch Platz ist, ne? Oder ob du mitspielen kannst. Das hat mir Kay gleich geschrieben, äh, hat dich schon vorher gefragt wegen Zusammenspielen oder so? Wollte er nur mal so nachfragen, ne? Ich sag ja, beruhig dich. Alles gut. Wir schreiben öfters mal, sag ich. Dann ist das schon okay. Ah, okay. Okay, sagt er. Alles klar. Ja. Na, das dürfen wir hier nicht so laut sagen. Wenn du bei uns auf dem Discord wärst, dann äh, könntest du das in Erfahrung bringen, über wen wir hier so reden. Aber es werden ja keine Namen genannt. Also, wie gesagt. Ist ja auch scheißegal. Kinda gut, ja. Schön, wie dage da? Ja, ohne behat. Tul, 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 tul. atrug. Ja, pein implic asked guck. Den ACR93. �� Dios gibt dann. zu Hause ja was hast du da gemacht die Küche stand da wasser gerade verprüft eure Ausrüstung und Waffen wir brechen bald auf jetzt ist schluss mit lustig bereit halten für einsatz im Kriegsgebiet kriegst du das gleichfach ab? ja geht weg so jetzt sollten wir hier hin richtig? ja mit dem Kriegbruder das Gas willst du nicht einatmen stoße zur Sicherheitszone vor ich schicke dir den Link gleich oh wir landen Schimicke Schimicke ja unten gehen welche rein auf jeden Fall der Feind sprengt über dem Gebiet ab schalte alle Teile im Einsatzgebiet aus nein die Bullfrog ist nicht da feindliche Drohne ist aktiv ach komm er sitzt da eben schon kennst du ja das ist eine Arte schutzziel lautet das Hauptgeldziel auszuschalten truppmitglied steigt wieder ein ach komm ich glaube ich bin hier heiß Camper ne ehrlich ja boah brauchst du nicht mehr auf diesen Platz stell wieder so ein breites Stück truppmitglied steigt wieder ein schlag dich dieses mal besser ui ups ich stehe da einer auf dem Dach ja scheiße Kontakt 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 Heli kommt Heli kommt ja scheiße aber ich hab den noch geholt Sammelpunkt markiert die unten auf der Treppe ja ich seh den Typ nicht ja ich seh den Typ nicht da ist Anführung hol sie jemand ach der läuft über mir er ist unten reingegangen das ist noch nicht so weit das ist noch nicht so weit das ist noch nicht so weit hier kommt er noch hoch ich weiß nicht 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 NEIN! Es geht wieder los! Lodi liegt an Nova? Oder Aber? Kommt was von hinten? Zwei? Pass auf, der eine hat einen Bogen. Der hat schon Chill-Break, Mann! Wir sind unter den Schuss! Nein, oh fuck ey! Wir haben ja keine Platten, ne? Wie sind sie da drinnen? Zwei? Drei hab ich geholt, sonst einer ist da noch. Ah, einer ist da noch. Oh! So, sind da jetzt noch welche? Ja. Ja, es ist ein Raketenwerfer da rein. Von der Sprechmester. Wow, 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 wow! Oh, Alter! Der Flinte immer noch... Es waren verschiedene Teams. Ich wär jetzt schon wieder tot gewesen mit der Sputflinte. Oliver, danke für dein Like! Es sind noch 25 übrig. Die Augen offen halten! Du darfst auch gern folgen, wenn du das noch nicht machst. Was ist mit dem anderen Lodi? Keine Ahnung. Also... Nee, hör auf jetzt, Mann! Was ist denn mit dir? Ja, der ist oben auf dem Dach. Keine Ahnung. 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 Oh, falsches Laudi genommen. Muss man aufpassen. Bio-Sistance auf jeden Fall. hat aber nicht wo wir sind aber noch mehr drin ab zum arzt und apotheke war das ist partie verfügen wollte er in 40 wo ich das erst mal gelesen habe Geh weg hier! Tu mir das Geld, Mann! Oh oh! Hier? Oh ne hier oben ist einer! Habt ihr denn? Selber bitch, Junge! Oha! Denk dran, ne? Dings hier, Schussverkauf. Safe kaufen und so. Hey! Ja! Ich hab ne Gasmaske geschlossen. Wo die Kiste hab ich? Ne Drohne wär gut. Hier ist wieder einer. David? Eine Muni-Kiste wär gut, ja. Ja, schmeiß sofort. Deacon ist einer rein. Ja, ich hol nochmal ne neue Muni. Deacon sind zwei. Aufpassen! Wieder Auferstehung ist gleich vorbei. Schatz, warum willst du dir kein Safe? Ich hab keine Zeit. Ich muss töten. Okay. Willst du darüber reden, über dein Aggressionsproblem? Mach ihre Wegpunktkoordinaten. Nein. Okay. Das sind Zartschmerzen. Okay. Das Gas nährt sich dir. Ja. Wir sind zwar Chemiker. Ne, gar nicht. Wir sind Bayo. Okay. Oh Gott. Ich heiße nicht Marcel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier ist gerade einer reingelaufen. Links von uns sind auch welche. Ja. Unter uns auch jemand. Unter euch? Hier ist auch einer. Ich hab kein Herzschlag sind so. Ich folge ihn. Ich folge ihn. Doch nicht. Du kannst hier bleiben. Jetzt kommt es drauf an. Auf dem Dach, Schimmelke. Sicherheitszone verlegt. Ich denke gar nicht, ich hab noch eine Munitionskiste, ne? Ja, die kannst du bald mal werfen, aber bitte oben auf dem Dach. Ach so. Okay. Ja, jetzt noch nicht. Schildbäcker unten bei Glieden. Oh, geht das schon öffnen? Oh, geht das schon öffnen? Der Schildbäck ist nicht. Glaubst nicht. Fuck. Da ist ein Heliplatz auf einer, ne? Also Schildhits. Schildhits? Schildhits. Schildhits. Okay. Kaff. Schildbäcker habe ich auch schon zwei Schildbäck. Ah, springt bloß runter. Das Gas nähert sich dir. Du hättest eigentlich noch sein müssen da oben. Da sind zwei. Pass auf, hier unten sind auch noch welche. Nein! Oder einer Tür. Ich hab keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Na komm. Hier ist Munition. Weniger als zehn Feinde sind keiner raus. Ich darf sich aber noch wieder holen. Oh no. Nö. Aber unter uns war gerade auch gerade Steps. Markiere Ziel für Luftschlag. Ja, wo unten sind zwei Stück drin. Nein! Hier unten! Nein! Nein! Das ist weg! Und der Busch hat auch noch einer. Einer noch, Steffi. Einer noch, Steffi. Wir wollen, müssen wir Gas geben. Los! Äh... Niedersachsen. Wart mal. Geschöpung! Er ist unten drin und hustelt. Oh komm, Tesco, verkackst das. Nee. Ab zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert sich. Du verlierst an Boden. Bewegung! Guck mal. Da einfach. Oh der! Ich hab ihn noch gesehen. Links! Niiiice! Schön. Guck mal. Z attended... Gigi! Gigi! Zijijii! Poco per poco. Gi-cia-cazt. GoniANTico! Ma? Gli altri... Sincero pensavo li avessi vistoi però. XDOGSXXXX XDDC �xD conceived of by E1N Lulu! LULU und so das mit der Werbung und so es beginnt bald obwohl ich noch nicht mal Werbung gemacht habe ich habe nur gesagt, dass ich zocke ehrlich? ok tut mir leid Uwe war ich die ganze Zeit stumm? scheinlich ja ok gestern hatte Nürwan geschrieben irgendwie du bist dumm und ich habe gelesen du bist dumm was lernt denn jetzt? wie viele Kills hatte ich gerade 7 ja, bist ne Maschine Schatz jetzt ist Schluss mit lustig bereit halten für Einsatz im Kriegsgebiet so jetzt mach ich wieder Null Kills ja, muss es ja die Null Kills Klappe! es ist sehr ausrüge die Null Kills oh hier, Deathmode Center oh ne doch, da gehen wir jetzt hin ok, das ist klar over ja, wir fliegen dann wir landen dort die Null Kills kommt was mit zwei auf dem Dach, einer auf dem Dach, zwei auf dem Dach oh, Schlag ist ja kein Schiefe, Schlag ist ja kein Schiefe einer Nock einer Nock aber ich nicht aber ich nicht gibt's doch nichts ja, dann fängst du direkt wachen, ne? ja, dann fängst du direkt wachen, ne? ich bin getroffen ja, dann fängst du direkt wachen ja, dann fängst du direkt wachen ja, ja ich hab grad gesehen, also ich hab vorher nicht mitbekommen, wer es war aber, äh, ich hab grad geguckt, ja fängst du? feindlicher Soldat in der Nähe bin getroffen bin getroffen der Schlag ist unterwegs ja natürlich der war noch nicht der Oliver noch alt? nee, ich hab noch nicht geht wieder los das schwanndeutsche hihihihihihi er hat sich richtig aufgedreht JAAJUNGEN THERE WAS DERE ja, Junge legt Natur Kohle vom Dach zu kommen, ey. Mach ihn doch tot. Ich hatte es schon 7000. Also geht mein Discord Link nicht mehr oder was? Wir haben noch ein neuer. Bewegung. Werfe Granate. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Feinde landende Weinsatzgewicht. Einer deiner Vermöchter, die man sich so raus spielt. Nein. Ciao. Einer deiner Verbündeten ist zurück im Spiel. Nee. Nööööööööööööööööööö. Zweifel Besserer. und da auch noch vom dach und zwei stück auf dem turm ja da waren zwei stück sicht kontakt das sind zwei maschinen wir bringen dich an die front zurück lodi bei kontrol ist nicht safe das gas bereitet sich aus ich bin ganz gespannt du hast nicht den ganzen tag zeit gepanzerte laster werden dort einsteigen wo grüner rauch ich kann es mir nicht Der Aufsatz ist erledigt. Das war wirklich gut. Boah, Alter. Nein. 15 Tode erschrocken, ey. Ich hab ihn ja gehört. Alter! Nein! Oh mein Gott, das war... Ich hab's alle geholt. Kannst du, das war Clip-Wobe? Geil! Ich kann da einfach reden. Das Gas breitet sich aus. Ich glaub, damit haben wir nicht gerechnet, oder? Laufen wir schon wieder, ja. Verbündeter Clusterschlag ist unterwegs. Feindliche Drohne ist aktiv. Danke, Uwe. Die nehmen mich ins Visier. Feindliche Drohne ist aktiv. Oh, die kommen von oben schon wieder. Nee. Mündete Drohne in der Luft. Die sind unten. Mündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Einer ist oben. Einer ist direkt unter uns. Einer ist direkt unter uns. Einer ist direkt unter uns. Einer ist unterwegs. Da sitzt man doch. Jungen, drück dich doch raus, ey. Muss ich noch Muni bringen. Präzisionsluchtschlag hat verfehlt. Eine Frisse, alter. Oh, die scheiß Camper. Hehehehe. Ab und zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert sich. Da ist Panzerung. Da ist Panzerung. Ich glaube auch. Exit 10. Alter, im Pink. Oh, sieht geil aus. Ja. Sicher die Waren. Das können Sie mal voll vergessen. Das Zei. Ah, die Laufer. Wieder hier hat. Falsch angestellt wahrscheinlich. Aber keiner von den hat den Herzschlagsensoren, ne? Nö. Ich hab einen. Ich schmeiß ihn jetzt gleich ab. Wenn ich an Laudage gehe. Oder auch nicht an Laudage. Du musst an die Treppe. Ich hab doch einen Ansteller. Aufpassen. Ich verwischt eine Schwur und ein feindliches Team macht Jagd auf dich. Hier liegt jetzt ein Herzschlag in dazwischen. Ah, das bitte immer Verholen mehr. Ah, das ist aber ein. Sondern, warte. Auf dem Dach ist auf jeden Fall keiner mehr gewesen. Sollen wir auch hochgehen, ne? Mhm. Oh, perfekt. Hier ist nochmal ein mobiler Shop, falls wir was einkaufen möchten. Hey. Bevor das Gas kommt. Verbündeter Präzisionsluftschlag kommt. Achtung. Ich hab's da runter, ne? Ja. Ich hab's da runter, ne? Ja. Ja. Vor allem, äh, kannst du sehen, ob Control was ist? Da ist jetzt gar keiner gelangt. Das hab ich gesehen. Naja, da sind welche drin auf jeden Fall. Zwei oder drei Stück. Und einer läuft hier unten. Irgendwo. Feindkontakt bestätigt. Da war eben auch einer. Ich sehe den Feind. Da ist ja noch keine Luft mehr. Gar nicht, wo man hinschießen soll. Du hast doch Krise, oder? Sie sehen unfreundlich aus. Ja. Guter Dank für den Like. Ich krieg da nicht runter. Na, ich schon. Ich mach dir auch ein bisschen. Okay, ich krieg doch runter. Ich muss hier was einstecken. Oh, ich hab doch keine Datenmuske. Oh, da werden noch vier Millionen Leute wieder gekauft. Ganz wichtig. Hey, meine Fresse. Natürlich holt er mich. Das Kopfgeldspiel ist ausgeteilt. Wundervoll. Ich bin echt da mal stehen geblieben, ey. Das ist nicht dein Ernst. Komm, Bro, hol den letzten. Der boostet, ja. Ich hab den Stift zu spät gesetzt, ey. Der Typ hat aber auch 16 Kills, Alter. Ja. Na, das läuft ja heute richtig, wa? Hm. Ja. 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 Bitte. Jetzt machen wir noch einen Kaffee. Kaffee. Ich hab die Waffe freigeschaltet. Ja, boah. Ja, boah. Ich hab die Waffe freigeschaltet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Ich bin gar nicht da. Ich weiß nicht, wo sie ist. Okay. 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 Seit wann zockst du so viel wie BIRD, Steffi? In BR fassen wir Schwitzer sind. Ja stimmt, haben wir gerade wieder gemerkt. Ich habe gerade mit dem Street kurz gespielt. BIR und ein paar ohne BIRD. Aber ich muss auch sagen, BIRD ist auch Katt für Schwitz. Bei uns zumindest. Nutz die Zeit, um ein bisschen zu üben. Der Einsatz beginnt bald. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf die Himmel ab. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf die Himmel ab. Der Feind wird zurück. Der Feind wird zurück. Jetzt ist Schluss mit lustig. Bereit halten für Einsatz im Kriegsgebiet. Ich folge mal unauffällig. Wo hin? Das ist ok. Ach so gut. Wo gehen wir denn hin? Auch vom Prison Abspringer, ja. Überlebe, um gefallene Kamerasen zurückzuholen. Und verdiene Punkte, um sie zu beschleunigen. Ich habe direkt den mobilen Schaft. Auf keinen Zeit. Jage die Feinde, bevor sie sich jagen. Tita, an der Kantine rum ist jemand dran. Wo? Wo ist jemand? Vor mir. Irgendwie noch mitmatcht. ich könnte ja neulich auch nicht gelanget einer willkommen ich hab dich Ah, volle Kölle. Oben vom Turm. Nein! Er ist nach O und es spielt noch einer. Den anderen hab ich. Ich muss den anderen holen. Ja, zwei Mann bei mir. Es sind drei jetzt. Oh, ein ganzes Typ. Ja. Ich hab ein Team, die haben wir unter Noten. Kontakt! Bekommt noch eine Chance etwas zu bewirken. Trupp mit Flieh steigt wieder ein. Das Gas mehrt sich hier. Einer deiner Verbündeten ist zurück ins Spiel. Ja, die sind einmal zwei Teams jetzt. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Choraskiste markiert. Sichere die Waren. Kopfgeldziel bestätigt. Boah, hinten durch kommt einer. Boah, hinten durch kommt einer. Viertel, da war einer. Genau. Ab innen. Holt sich jemand diese Panzerung. Hier nah ins Ziel. Hier landet einer. Hier landet einer. Ja, oben um da. Ja. Ja. Das kann nicht sein. Nee, nee, nee. Ja, natürlich. Das ist ein Hater. Trumpf mit Flieh steigt wieder ein. Trumpf mit Flieh steigt wieder ein. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Ja, das springt doch nicht raus. Ja, das springt doch nicht raus. Feindliche Drohne ist aktiv. Stimmt mir sehr gut auf jeden Fall. Ja, auch. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Das sind die besten 25. Fast an der Spitze. Das ist ja noch am Hof. Wie oft soll ich dich denn noch treffen, Junge? Ja. Ah, ich wurde gesniped. Bei mir ist er. Bei mir hier drinne? Naja. Ausruhen. Die Leute ausruhen. Schön. Oh, hier kommt noch einer hier drin. Ja. Pusht einer vom Auto? Okay. Da kommen jetzt welche von oben. Stopp. Oh, fuck. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Vorsicht, die kommt von oben jetzt. Ah. Feindvertrag bestätigt. Position bestätigt. Wer kommt? Von hinten auch noch. Kennt da wieder? Ah, der Schiffrech. Der Schiffrech. Der Schiffrech. Der Schiffrech. Der Schiffrech. Auf oben. Kussi. Kussi. Wir sind draußen. Die Meldungen. Außen. Der Schiffrech. Der Schiffrech. Der Schiffrech. Der Schiffrech. Werde hier beschossen. Da ist noch einer. Ach. Das war mit dem. ich wurde gesichtet ist er in der ecke noch nicht mehr hingehen ja ist doch okay man ich bin geahntet da sind kannst du gleich wieder rausgehen das ist alles voll wieder normal du bekommst noch eine chance etwas zu das ist heute abend Das Gas nähert sich dir. Bei mir kommen sie hier. Tipp weg. Steffi, hier ist ein Scheißling. Steffi, vorne ist ein Scheißling. Steffi, vorne ist ein Scheißling auf dem Hof. Schade. Ich komme jetzt gerade zu dir, Steffi. Voll daneben, ey. Ich habe keine Waffe, ne? Nur Müll. Verstärkung ist unterwegs. Alter. DMR. Mal machen. Jetzt muss ich das mal machen. Oh nein. Ich brauche mich. Ja, du bist nicht hier. 25 Sekunden noch. Ich schaffte. Ich glaub an dich. Oh, da kommt rechts. Einer ist gut. Schade. Das nächste Mal wird es anders laufen. Ah, die Runden sind aber auch verschwettet. Junge, Junge, Junge. Die E-Bail auch nicht ohne, ne? Ja. Ich bin überlegt, dass ich sonst noch 10 bis 15 Kälte hatte. Verprüft eure Ausrüstung und Waffen. Wir brechen bald auf. Jetzt kommt die Runden. Ich muss hier... Feindgelassene Wege. Ziel er... Wenn du mich nicht hättest... Ziel ausgeschaltet. Ich muss hier... Feindgelassene Wege. Ziel er... Wenn du mich nicht hättest. Ziel ausgeschaltet. Oh, zwei Informationen. Der packt auf mich. Puff nö, das will ich nicht. Oha! Vorbereitungen beendet. Zeit für den Einsatz im Kriegsgebiet. Das ist ja... Wo wollen wir hin? Egal, sucht was aus. Der neue sucht was aus. Na ganz toll. Dann gehen wir jetzt in die 8K. Wenn sie da sind, sie sind ja nicht immer da. Geh ich ins Leben raus, um mir die Arme zu beschleunigen. Und sie sind nicht da, war klar. Ich suche einmal was aus und sie sind nicht da. Ich dachte, schnell ist das Lobby wohl mit dem Hofpussen? Ja. Augen nach oben. Der Start ist unterwegs. Geh ich mir los? Blaue Ampli fit ist es? Hier ist eine Maschinenpistole. Er schiebt euch. Einer hat ein Schild, pass auf. Da sitzt eine Schild in der Ecke. Ey, das kann nicht sein, Mann. Hä? Wo ist er jetzt hin? Ist er rausgesprungen? Ne, der sitzt da noch. Ja. Ja. Ich geh safe. Oder auch nicht. Er hat jetzt ein Schiff in das Wehe gezupft. Boah, ein Schiff ist auch hier gezupft. Das ist ja wohl groß, ey. Einer deiner vermündlichsten ist zurück ins Spiel. Du bist noch nicht fertig. Na, die Karne war so krank. Wahrscheinlich nicht. Mh, Valova laufen sie auch? Natürlich nicht. Schaupach sind sie auch gerade raus. Auf dem Schnapploch ist sie auch. Ja. Äh. Prisen haben sie Lodi gezogen auf dem Dach. Markiere Ziel für Luftschlag. Hier Phönix 3, gerade unterwegs. Ich muss hier was einstecken. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Ja, klar. Wundervoll. Habe Kontakt! Habe das Zielen Visier. Nein, nein, oh, fuck, ey. Achso. Ich habe mich im Visier. Ich habe dein Ziel im Visier. Schade. Och, nö, ey. Ey, Junge. Wir werden uns revanchieren. Noch 25, Junge. Ich glaube, ich bin krank. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich weiß. Habe ich schon. Wah. Quisier. Ja. 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 Wir warten auf Einsatz. Zeit, sich bereit zu machen. Wir warten, wir warten, wir warten. Das war's. Okay, bestätigt. Bleib wachsam. Ein feindliches Team verfolgt deine Position. Die Zeit wird knapp. Rück zum Zielgebiet vor. Ja, natürlich. Feindliche Drohne ist aktiv. War da nur einer? Ja. Boah, ein Deck. Okay, der ist doch nicht mehr drin. Truppmitglied steigt wieder ein. Ein und dann blocken sie schon. Ja. Ja, Hund ist gerade ein Lodi. Living Quader. Ach, hier Living Quader ist gleich schon. Ach ja. Ich habe es doch ein bisschen nicht gesehen. Hast du den da oben? Nee. Christian Görst, danke für den Like. Ich bin gerade ein bisschen übel. Was hast du denn gesagt? Die Runden sind gerade ein bisschen übel. Ja, das stimmt allerdings. Ich will jetzt gar kein Ausdruck. Vor allem weißt du gar nicht mehr, wo du landen sollst, weil alles schon leer geräumt ist. Beweglich Schütze geräumt. Ich komme mal wieder zu dir. Ich komme mal wieder zu dir. Das Mönch ist der Drohne in der Luft. Stöbern wir sie auf. Feinde landen im Einsatzgebiet. Mensch, was ist denn das jetzt hier? Das ist voll, oder was? Das ist voll, oder was? Ja. Der Turm sitzt auch an, ich wollte gerade einen Lodi holen. Ne, Camper holen sie, wir brauchen gar nicht gehen. Ja. Die sehen uns freundlich aus. Ach, komm, Alter, wie kommst du jetzt vor mal her? Ich bin weg bei mir, wenn du hochkommst. Ich bin weg. Es liegt alles an deinem Ohr. Einer seiner Verbündungen ist zurück im Spiel. Da war aber noch einer. Ghostface. Ja, oh, der ist ja nicht. Den hat dich schon slipper geschaffen. Einer deiner Verbündungen ist zurück im Spiel. Dann ist doch runter gesprungen, weil ich habe nur die Eitel getroffen. Ich krach. Oder wie heißt. Das Gas breitet sich aus. sicherheitszone wird verlinkt feinde landen im einsatzgebiet dann nehme ich mir dein zeug nach unten jetzt naja kannst du machen nur gülle macht den erst mal weg er will ich habe runter gesprungen ja das ist ja wir müssen das erzählen wird sie kommt weg weg wurde mir nicht angesagt verstärkung ist unterwegs müssen auch passen auch nach unten Ich drücke jetzt. Ach, ich bin da unten. Oh nein, nein. Oh shit, ey. Ach, nein. So eine Runde würde ich jetzt noch? Ja, ich glaube. Okay. Heute glaube ich gar nicht mehr. Ja, normalerweise hätte ich meine 10, 15 Kälte nicht, ohne Mist. Aber nicht bei solchen Lobbys. Ich weiß nicht, was da los ist. Warum ist das denn gerade echt heiß? Ja, ich kenne das. Das macht mich gerade alles sehr traurig. Ja, mehr als das. Oh. Ja, wo? Weh, ne? Scheiße. Der Prüf Ausrüstung und Pfarr, wir brechen weiter. Ah, na, na. Kriege ich da nicht mal zu slow, die zusammenrücken? Ich weiß es nicht. Wir haben ihn. Ich weiß nicht, dass wir da sind, dann eher. Scheiße, die feuern auf mich! Erledigt. Vorbereitungen beendet. Zeit für den Einsatz im Kriegsgebiet. Sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel. Steffi? Ja? Freitagabend bist du dabei, ne? Ja. Was macht ihr da? Na, da will ich den Supporter geben. Hallo Andreas. Hallo Andreas. Nein, wir haben schon drei Siege geholt. So ist der Weg. Oh, der Heli ist weg. Ich hab ne Lupe. Ich hab ne Lupe. Oh ne, aber gut einer. Oh, der Heli ist weg. Ich hab ne. Ich hab ne. Ziele gefunden. Begib dich zur nächsten Position. Die Ziel abgeschlossen. Alle Vorratskisten localisiert. Feindliche Drohne ist aktiv. Steffi, der ist irgendwo bei dir gelandet. Ja. Ja. Schmeißt du draußen den Lobi? Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Aber wo? Machst du den? Der ist oben drauf. Hinter der. Der ist noch einer. 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 Ich muss hier was einstecken. Ha. In fucking game. Ha. Keiner tief. Ja, wie verleidigt. Ja, wie verleidigt. Wollen wir hoch oder was? Ja, ich schmeiß mal kurz mal ne Muniküste. Ja, ich will noch mal einen laut hier. Oder auch nicht. Muss ich nicht laufen. So, warte mal. Zum Kopf. Das Gas ist hier auf den Fersen. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Oma, oben drauf. Abwischen. Nock. Raus. Wie kann man nur so campen? Ich bin gerade erst hoch gegangen, du Spaß hier. Sorry aber. Alles gut. Ist schon so. Ich bin gerade erst auf den Tower gegangen. Wo ist meine Waffe hin? Dabei kämpfen sie sehr. Ja. Natürlich. Das ist richtig übel geworden hier. Ich bin gerade erst hoch auf den Tower. Hab gesehen, dass der auf euch schießt und unten drauf. So nett ist fertig. Die Drohne ist aktiv. Also. Gehen wir doch mal kurz hoch. Gucken wir mal kurz in der HL-Germann hier. Da oben. Ja. Feind, Kontakt bestätigt. Ja, ich bin. Kau. Ja, ich gehe pushen. Feindliche Drohne ist aktiv. So rein ins Haus, pass auf. Du behältst eine Ausrüstungslieferung. Hinterm Haus sind zu lang da. Zielpunkt markiert. Da habe ich ihn auch gemacht da vorne. Ah, der ist. Die sind jetzt hier. Ich sehe den Feind. Wir sind hier in der Schusslinie. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird von hier. Hä? Die waren noch da vorne. Ach man, nee. Ohhhh. Er hat Camper gesagt. Hat er es hier auch gesagt? Ja, hat er gesagt Camper. Ja, weil wir auch erst da oben waren. Äh, da unten meine ich. Hier ist einer rein. Ich sehe den Feind. Ja, der ist unterwegs. Keine Wischen drauf. Komm mal, ich push mal. Bei mir hat einer eine Tür aufgemacht. Ne, das war ich im Nebenraum. So. Hier ist er nicht drin? Wo ist er denn hin? Jeder kommt hier. Doch. Seinen Kontakt bestätigt. Na da. Ja. Boom auf dem Dach. Ist zwischen die Häuser genug. Hab ihn noch? Hier bei mir. Bei mir, schnell. Der holt sich wieder. Danke. Mit dem Freis auf der Spur. Wieder Auferstehung. Hol dir deine Rache. Einer ist über mir, glaube ich. Ich muss hier was einstecken. Ja. Die kommen jetzt. Der Feind kriegt ja Clasterschlag. Passt auf eure Kante auf. Ah, hier hinten auch hier rein. Einen weiter. Das Schiff weg. Komm nicht raus. Das Schiff weg. Der ist gerade oben rein. Im Raum. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Aus dem Himmel ab. Schön. Danke. Oben auf dem Dach ist wieder einer. Warte mal, wo ist der auf dem Dach? Warte, ich guck. Ne, da ist einer. Ne, der ist nicht mehr da. Ja. Hier muss aber irgendwo mal einer sein. Da wird ihm angezeigt. Die Richtung siehst du doch, oder nicht? Hey, wo ist meine Waffe? Ich habe meine Waffe genommen. Könnte oben liegen. Hat er meine Waffe genommen? Ja, es könnte oben liegen. In der Ecke. Hier. Ne, siehst du nicht. Ach, scheiße. Egal. Ja, ich hab den. Ja, ich hab den. Ja, ich hab den. Die Bison. In der Ecke bist du unten. In der Ecke bist du unten. Hab sie, hab sie. Danke. Wo? Schau mal. Die sehen unfreundlich aus. Ah, ich guck. Ist er hin? Ah, ich hab den Wischen drauf. Ja, ich steh hin. Komm her. Das war einmal der Döne so knallig. Neue Sicherheitszone wird markiert. Komm schon. Ne, der hat halt keinen Bock drauf. Fakt für's Hilfe. Trägt's noch Käpfchen. Reise der Vorratsstationen wurde angepasst. Ah, schade. Hab ich was gehabt. Ach man. Neuji, dank für dein Like. Trägt's noch ein Käpfchen. Ah, Schussballkopf. Verhöhnt, dass Residionsluftschlag kommt. Achtung. Hier landet einer. Ach... Hallo. Oh, der Mann Kasse. Wunderbar. 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 In der Auferstehung endet gleich. Auf der Hut bleiben. Gehen wir über Nova? Ja. Die eindliche Drohne ist aktiv. Würde ich sagen. A10, habt Fischen drauf. Bei mir kommt auch einer. Ja, hier ist einer. Genau, bei mir eben. Ja, natürlich. Sehr schön. Das kann nicht sein, Mann. Was hat denn die, Alter? Der hat mich jetzt schon zweimal geholt, der Penner. Der mag nicht, der mag nicht. Ich merke das schon. Sponchi, alles gut. Und selber? Einer deiner Verbündeten ist zurück im Spiel. Laufen die oben oder unten? Oben. Ja, ja. Oben ist safe. Also oben ist nichts. Dann gehen wir hoch. Die sind im Treppenhaus. Ja. Einer deiner Verbündeten ist zurück im Spiel. Ich komme hoch. Das macht die Drohne an. Ach, hier vor mir. Habe ihn. Oben auf Platz. Ach, shit. Das Gas breitet sich aus. 30 Jahre vergründet. Warte mal. Warte mal. Aber wollte ich auch gerade machen. Nimm den Ding gleich mit hier. Auf dem Schiff ist noch einer. Unten drauf. Und rechts von der Schaff. Einer ist K.O. Nee, geh weg. Kontakt. Nein. Boah, hier kommen aber auch hinzu hoch. Nein. Einer ist raus unten. Okay, einer ist raus unten. Hm. Ach Gott, ich bin jetzt offizieller Facebook Parker. Was habe ich denn jetzt auch mal geschafft? Kontakt! 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 Hab zwei raus. Hier oben liegt noch alles. Teuflicher Soldat in der Nähe. Nein! Ey, Mann! Das kann doch nicht sein! Oh! Nein! Kontakt! Mann! Vielen Dank! Ich hole euch beide gleich wieder. Auf dem Schiff sind auch irgendwo noch welche. Na, sie stören mich herzlich wenig. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Da drüben kommt der. Unten am Shop. Nein! Haha! Ich drob his legs! Nein, ich idiot! Ja, das kennt der da unten. Wenn du Gas machst, kannst du es schaffen. Ja. Mein Gott. Nee, lass. Ach, du musst du mein Geld holen. Mein Geld ist nicht da. Mein Geld ist nicht da. Licht genau hinter dem Kapitänne. Nee, das hat er schon eingesammelt. Ach so, das hat er... Ah. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Ach, wo noch? Ja. Ja, klar. Da, oben. Auf deiner Ecke! Ja. Ich hab's gesehen. Ich wollte nur weg. Zack, ja. Wenn du dich in diesem Spiel bewegst, verlierst du. Nee. Nein! Schade. Schade, schade. Ja, der hatte dein Geld. Schade. Ab die Seite. Danke, Schade. Danke, danke, danke. So, das war's auch schon wieder. Hat alles Spaß gemacht, ihr Hübschen? Jo. Ihr wollt ja jetzt alle offen. Ja. Dann macht nicht mit. Und sehen wir uns die Tage vielleicht mal wieder, Steffi. Joa. Kann ich ja mal... Kann ich ja mal reinkommen. Guck mal, ob der Platz hat. Kann ja leider in den Stream nicht gucken. Alles klar. Ciao. Tschü tschü. Ciao. So Steffi, danke dir fürs Mitspielen. Ja, immer wieder gern. Ne? Sag das nicht zu laut, sonst sag ich morgen früh. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns. Und wenn nicht... Ja, wir hören uns. Ja. Bis denn. Ciao. Bis dann. Ciao. 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 So Chat. Danke fürs Einschalten. Heute Abend sind wir zu 30 Minuten wieder live mit meinem Stammteam, denke ich mal. Ihr seid dazu natürlich herzlich eingeladen. Würde mich freuen, wenn ihr kommt. Und ansonsten genießt den schönen Tag und bis heute Abend. Mal workout. Pool, Knial rock. Mal ahora auf. Jaw freelää. 톤 hilliike whenever we asymptot, Wir hopen einfach, indem wir auf etwas Yo plaisir können. Sure, wir gehen einfach zu Hause, wenn dir unsere Debärрач ke didnt呈?